Norddeutscher Rundfunk 2021 Hey! Du kennst den Böhm? Dass er von Geburt auf nicht gehört hat, das hat die Mutter eben nie verraten. Sie war immer ein helles Gemüt gewesen, wie die Mutter. Wird der erst dann noch einmal erwachsen? Wir haben alle einen. Der Bub ist ein Mann, wenn er arbeitet. Und er ist ein Kind, wenn er spielt. Und er hat eine gewisse gute Lederjacke. Das hat der Tiefel gesehen. Der Vater ist ein Radio, der findet sich in die Gillebrücke drin. Der kommt immer ins Haus, der gottlose Satan. Er soll doch seine Worte an den Steinen auslaufen. und er solltlose. Er solltlose. Und er solltlose. Und er solltlose.